Hört zu! Wenn ihr jetzt aufgebt, befehle ich Gotik, euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Unduin gegen Gotik, den Erntor! Meine Diener sterben nie wirklich. Das Licht wird den Sieg bringen. Das war's. Tötet ruhig meine Diener. Ihre Seelen werden euch heimsuchen. Ich habe nicht genug Mana. Ich komme wieder. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ich komme wieder. Die Toten kehren zurück. In den Kampf. Bringt mir Stahl! Schilde hoch! Das war's. Schilde hoch! Nein, ich bin der Seelen-Ernter! Nein, ich bin der Seelen-Ernter! Ich kümmer mich drum. Ja! Ich komme wieder. Das war's für heute. Ich kümmere mich drum. Ich komme wieder. Bringt mir Stahl. Kann mich nicht beherrschen. Das war's. In den Kampf! Ich kann mich nicht beherrschen. Ich kann mich nicht beherrschen. Es ist an der Zeit! In den Kampf! Ich kann mich nicht beherrschen. 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 Es ist an der Zeit. Die Serena hat bereits angegriffen. Gebt mir eine Quest. Dieses Mal aber wirklich nicht. Wenn es nicht mehr die Spiele in die Schleifung ist, weiß ich nicht. Wenn du ein Spiele, wirst du dich erinken. Wenn du dich schlossst, bist du ein krass. Und du sagst, wenn du dich. Du sagst, du sagst, ich werde dich ab. Du sagst, dich schlossst. Du sagst, ich sagst, ich warte dir nicht. Das ist ein Krass. Du sagst jetzt, du sagst Du und ich sagst, du sagst, du sagst dich. Und dann kommt er. Und dann kommt er. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Ich werde zurückkehren. Für die Allianz. In den Kampf. Das war's. Was wir machen. Der Wandel. Musik, die Allianz. Musik, die Allianz. See you in the future. Das ist dein Ende. Warum kehrt Gotik eigentlich nicht als spektraler Gotik zurück? Was soll das? Das ist die 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 Hearthstone, Heroes of Warcraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020